In den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Wir sind keiner von diesen sprechenden Blumen mehr begegnet. Ich schätze, wir sollten Rosabelle finden. Ja Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Trine 2 Together. Zum neunten Let's Play. Wir sind in der Pilzhöhle. Und bei mir ist wieder The Cleaner. Hallihallo. Ich mach nur meine Einstellung und checken auf meine... Dann wollen wir mal gucken, was und so auf uns wartet. In der Pilzhöhle. Auf geht's. Iha. Moment. Oh, Goblin. Na, da stoppt die Zeit, du. Oh, äh, stoppst du? Ich hab gerade nichts bei, hab ich vergessen. Kein Problem. Ja, wir haben jetzt erstmal eine Zeit lang nichts gespielt, weil wir erstmal ja nur Videos verarbeitet haben. Und jetzt auch das Wochenende dazwischen war. Genau, da haben wir uns eine Pause gegönnt. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 da oben ist die Kiste ja Spinne hab sie Marsch die Kiste auf ist ein Sammelgeduld gefunden den Weg gefunden haben Rosie und ich geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht aha vorsichtig weiter gehen und nicht fallen nicht fallen ja das ist gut so zack zack kaputt hauen ach ja hier waren wir doch glaube ich Hilfe ich irgendwie kommen mir die gerade auch bekannt vorher hier waren wir schon wir müssen hoch das tut uns jetzt leid falls es doppelt kommt aber aber wir mussten an den Speicherpunkt weitermachen da blieb uns nicht übrig ich glaube wir keinen anderen Speicherpunkt machen aber das sollte mal schnell hin ach ja das kennen wir ja doch schon ne ja toll geh mal weiter in die Spitze oder so wir brauchen wieder Kisten wir müssen uns wieder hoch bauen geht das nicht so warte mal doch geht so warte guck mal paar vier dinge hier drauf kommst dir da mal was hingestellt oh ich bin runtergefallen ach ja wir versuchen jetzt erstmal schnell hier wieder durchzukommen äh mit drehst du das scheiß Ding das willst du drehen das willst du drehen aua ja ich mach einfach ne Kiste und dann form mich nach oben oder weißt du da was ja und geh trotzdem immer auf das Drehdingen drauf ich hab da oben so ein Tablett hingestellt die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus wenn sie sauer ist oh ich glaube du hast recht oh das hat nicht getast Levelaufstieg 2 von 3 wir brauchen aber 3 Punkte und nochmal 4 also insgesamt 7 Punkte um den Krieger um den Krieger hier nä doch Krieger hast du da um den Krieger komplett auszustatten um den Krieger komplett auszustatten so viel Punkte hast du schon ja 7 brauche ich noch da spring mal drüber kann man die nicht wegsebeln das war ja am geilsten ach man ach man was starte ich denn jetzt schon wieder hier unten das ist doch doof denn denn wo bin ich denn Was war das? Irgendwie dein vereisendes Schild oder so, hier schlag mal drauf Warte, ich hol den Runa, oder ich lass ihn killen, ah ne, der ist noch nicht tot, schlag mal drauf Treff ihn ja Okay, okay, ist doch schon tot So, müssen wir noch lang nach oben? Nee, doch Äh, warte mal Oh, das, oh oh, oh Knapp Brauchen Wasser Achso, brauchen wieder Wasser, ja Äh, wo gibt's Wasser? Da rechts Hier kommt, warte mal hin Kerner ist Ah, nee Okay, geh mal hoch Guck mal drauf, ich weiß wieder, wo wir sind Ey Los, hauen denn das Ding auf den Kopf? Geht nicht, hab nicht genug Platz da oben Achtung, Stein Also springen wir hoch So, hier oben geht's auch weiter Ja Ah, hier sind wir bei der großen, ähm, ähm, Schnecke Oh, was ist das denn? Es muss hier etwas im Wasser sein Oder vielleicht ist es die Erde Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden Okay, können wir drüber jumpen Wo? Äh, irgendetwas kommt da oben Ja, spinne Ich hol sie runter Hier Zack Ja, die waren oben, ob ich stärker die Fische Jo Und jetzt Ich war hier Oh, hier Hier rutscht man runter Oh, spinne kommt Au, ich Idiot Ich bin voll in die Spere reingejumpt Ah, von hier kommen wir hoch Ja Nein Da ist die Spinner Ohee Komm runter Kommst du runter Ah, ich hab sie Schlag drauf Tot? Ne, noch nicht, oder? Ne Nö Hab sie Jetzt aber Na, weiter ein bisschen schieben noch Reicht schon Oh, spinne Achtung Oh, Mami Das war knapp Sehr knapp Ach, mal draufschlagen Zündet es Zündet es Die Dinger an Ne, da war so ein Fass halt Oh Gott, ne, das passt nicht Nein Ei Autsch Bin tot Geh mal weiter nach links Da war, glaube ich, irgendwie so ein Wiederbelebungsding Hier unten Oder? Ja, da Perfekt Ja, ich hab das schon ne Idee Und Uuund Uuund Ist geil Warte, ich baue noch eine Dann rutschen wir, glaube ich, nicht ganz runter Oh, die war Ja Ah, nee, warte Da geht noch was So, jetzt aber Zick, und zwar darüber Boah Oh, jetzt kommt die Ah, da unten ist ein Trampolin Da kommen wir hoch Warte mal eben Ja, spring mal drüber Au Warte, links hat Ding mitnehmen Das war ein Ding, auch da Da die Pömpels, da die Jo Oh, ich hab da reingejumped Achtung Hier Oh Glaub doch, dass wir hier schon waren Meinst du? Ich glaub schon, aber ich bin mir gerade auch nicht so sicher Das war professionell Das war's jetzt Achso, nee, warte, einen haben wir noch Achso Ah Alex, rettet mal Versuch die Erde zu retten Ja Ja Geschafft Jawoll Und du weiter Oh, Goblin Goblin oben Goblin unten Goblin überall Metzeln Aue Ich bin tot Ich hab's bemerkt Hab zu viel Die Leute abgemetzelt Guck mal zu, in Brand setzen Ne, schade Ne, schade Ich auch nicht überm Feuer oder so Ne, schade Ach, den kann man ja runter reinwerfen Zack So Jetzt können wir weiter hier durch Jo, passt Haha Haha Schon wieder tot Mhm Oho Komm ich jetzt hier weiter oder nicht Knapp Das war's, ja, ey Aber hier oben Ist wieder so ein Dingernär Perfekt Alle wieder da Und hier müssen wir wieder Wasser Ja Ja, das ist nur um die Punkte da oben runterzuholen Denk ich mal Sicher? Ne Gehen wir mal weiter Lassen wir die Punkte Ne, 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 ne Wir müssen Nach oben wahrscheinlich Um an den Hebel ranzukommen Ne, der Hebel ist ja dazu Ja, geht doch mal ab, oder? Wann ich den mehr aufspielen? Wo geht's back up? Ja, wenn du jetzt da hinspringst Geht's nach runter Da rechts Rechts ist ja Oh ja, Hebel Ja, ja, aber Kommen wir da hin Geht's ja weiter Das Geröll umhauen oder so Backhauen Hier ist ein Riesenfass Ist mein Riesenfass Das bewegt sich Ah, ich weiß Komm noch mal auf die Planke hier Und dann Knall mal hier den Den Felsen kaputt Der geht kaputt Ja, genau so Da oben Ist jetzt nichts runtergerollt, ne? Ne, das Fass ist Auch hin Du mich noch mal hoch Halt mal auf den Kopf Ich hab's ja Kopfschmerzen Guck mal, du hast nen Helm auf So, und jetzt? Fass runterrollen vielleicht Deswegen wird's explodieren müssen Ah Achtung, Ball Ich hab's gesehen Ja, jetzt können wir dahin Jetzt können wir Zumindest nicht mehr runter So Warte Äh, betätige meinen Hebel Guck, kompatiziert Ach, die Dinger gehen hoch Und wieder Rolo Ja, toll Egal, braucht du nicht mehr Oh, oh Ist was Riesens Was steht denn da? Äh, ha Ja, irgendwas wegen Kannst du auch lesen? Ja, ne? Geht besser Das weiß ich noch nicht Ob ich mit dir durch die Höhle des Waldes gehe Oder keine Ahnung, was da auch stand Ähm So, ich würde tippen Kommen wir hier hoch Ne, ich glaub nicht, ne? Ein bisschen runter Eindeutig runter Ja Wir sind in der Höhle Magritte Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein Als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen Absolute Finsternis umgab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters Wo war der Trine jetzt? Tja Wo war der Trine jetzt? Gut Das werden wir hier rausfinden Ich würde sagen Ich würde sagen, wir müssen nach rechts, oder? Ja, hier ist auch wieder so ein Wasser-Dingen Nein, das war nicht geplant Nein, komm Ah, jetzt werfen wir mit dem Hammer gegen Oh, eine Bombe Werf mal mit dem Hammer gegen Erf mal mit dem Hammer gegen Ey, macht ja meine Packe kaput noch mal es kommt okay wir müssen dann nach oben okay mit war die spinne wahrscheinlich aus der hülle daraus locken war das ist machbar man ist zu weit gegangen ja mal gucken was passiert wenn wir dort durchlaufen hehehe geil das ist mal ein riesen Fisch im wiederbeleben wo immer das komische pömpelding ist hier da bin ich wieder und hochjumpen oh 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 das war knapp äh ist ja leicht oh 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 nein nein aua sei er hat mich umgebracht haha konnte mich so gerade eben retten na warte zweite kiste hin nein 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 haha auf den großen blättern können wir stehen bleiben aber da können wir einmal die erste kugel überspringen und dann weiter hopsen zack haha rosa er muss bis zum ersten polen nicht zack uuu bin durch ich lauf mal weiter jup und hier ist wieder so ne kugel passt oh goblins aua was ist das denn haha ja hier die Dinger die schießen wieder ja wieder nicht nachgedacht ja spring mal hhh alter nicht zu hoch springen warte mal kann man hier nicht das Ding blockieren oh oh ne ok wofür braucht man denn ah die kiste brauchst du um die spieße zu ja ja was kommt denn mal da rum ich aber bin schon weiter warte hier habe ich kugel zum wiederbeleben zack kommst du direkt hier raus jetzt ist gut schmack achso und jetzt nach rechts ne in falsche Richtung wir kommen noch mal auf die Brücke ja ups so wir müssen von wir müssen auf die Brücke drauf dass die links runter geht und dann schnell nach rechts schwingt warte noch nicht jetzt komm rüber rüber dauert so lange uuund schnell ah es gibt's doch golen wuah aua 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 wuah wuah ich muss nochmal nach wuah 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 Ah, das gibt's doch gar nicht! Du bist ja komplett runtergefallen Ja, ja! So... Ich bin tot Ich bin gerade weiter... ...gegangen Weiß nicht, ob das richtig ist Ja, nach rechts, ne? Ja Ja, aber die Brücke, die... Ich weiß nicht, ob die normalerweise hoch müsste Ich glaube, hier kommt irgendwas Großes Ja, scheiße, ich hab's befürchtet Entgegenüber was? Ne, das ist so... Äh, sieht er nach groß, ja Ah, jetzt ist er da Ich glaub, den kannst du aber aufs Maul hauen, den Großen Ich hab's im Spiel so gemetzelt, äh, ist kalt Ha! Was ist die Frage, ob der... ...gut fällt ...gut fällt Ist der tot? Oh cool, ja, wir müssen hier rüber Warte, eben den... ...den Bogenschutz... Na, ich treff den nicht Ja, Volltreffer Kommt ihn da hoch? Äh, da oben... Du brauchst nicht hoch, warte, wir können hier weiter Ähm... Ja Dann schießt da irgendwo noch jemand Nö Wo bist du? Warte, ich versuch grad die Brücke hier ein bisschen weiter rüber zu schieben Stopp Wap Jeeeeeetz Warte, aber Jeeeeeetz Schaut du hier jemanden zu... Aber irgendwie... Nee, warte mal, wir müssen irgendwie vom... Nee Hier oben ist so'n Böllerkarren, warte mal Da müssen wir hin Oh oh Ah, doch, warte, ich kann den bewegen, ah Sack, oder? Na, irgendwie nicht Doch, mit dem Magier, oder wie das... Ach, stimmt Genau Aber das... Ach, warte mal, ich muss den Hebel... Erstmal da oben bewegen, dass die... Blöde, ähm... Das Tor da oben aufgeht So, jetzt kann ich die Karre drüber bewegen Die Frage, ob ich's jetzt komplett wegschieben muss Wir müssen doch in die Karre rein, oder? So Ich weiß nicht Klar, aber... Ich... Müsste erst mal ne Kiste machen, damit ich hier hochkomme Ähm... Hup Stimmt, ich kann die Karre beschieben, wenn ich drauf setz' Warte, ich... Ich hol' dich hoch Schüpp Der ist ja fast nicht drauf Hat nicht gepasst So Schüpp 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 Das ist doch ne langsame Karre Ist immer zu schwer mach dich leicht geht ja ich glaube ja da oben ist luft ich glaube wir können die können gleich mit der luft bewegen geht das wahrscheinlich schneller wahrscheinlich brauchen auch den speed weil wir irgendwo in der rampe oder eben durch was ist das okay ich glaube ich weiß wie mit dem windes feuer wegblasen beziehungsweise komische pilzen luft oder was da ist bist du da bist du und noch mal gibst du ich würde ja kippt sich nicht spring mal einmal bei ihm finde ich richtig gut so und jetzt müsste das ding jetzt geht's feuer aus vorbei und endstation und rutschen links ist so bestimmt noch kommst du hier ist schon wieder so was achte mich rein ich glaube wir müssen oben da ist schon bestimmt wieder so ein wasser ding ja ich glaube schon ach so hier ist das ja aber ach so ja ja kinder kacke und so ja bin das ding mich verorgen na irgendwie reicht das mit dem wasser hier nicht ja ich würde sagen wir machen hier an der stelle mal eine kleine pause wie es dann weitergeht seht ihr in der zehnten folge von let's play twine 2 together und ja wenn ihr fragen habt einfach unter das video schreiben wir beantworten diese gerne wenn es euch gefallen hat bis hin gebt einen daumen nach oben und wenn ihr mehr videos sehen wollt ähm wenn wir aber gäbe lasst einfach abonnieren und einfach oder ich glaube bis zum nächsten video tschüssi tschüss